die hauptperson in dieser geschichte benno benno wohnt bei leo im haus über der kneipe weil er leo manchmal hilft muss er nicht viel miete bezahlen in dieser geschichte bekommt er plötzlich einen neuen mitbewohner und einige probleme ollie ollie hat auf der hanseboot gejobt jeden tag fast 16 stunden mit dem geld möchte er eine reise machen am liebsten nach island und möglichst lange er hat nur ein kleines problem wohin mit seinem hund leo leo ist maler aber er ist ein leidenschaftlicher koch seine kneipe leo und co ist ein gemütliches lokal in dem man gut und preiswert essen kann fips der kleine hund braucht ein neues zu hause schnell wird er zum liebling bei leo und co aber er muss noch viel lernen und dann muss er auch schon wieder umziehen er hat wirklich ein hunde leben felipe felipe ist 17 jahre alt und weltmeister im organisieren er geht noch zur schule aber ungern denn nebenbei hat felipe viel zu tun hunde ausführen kontakte knüpfen anja anja ist eine alte schulfreundin von benno sie mag die großstadt nicht und lebt lieber allein auf dem land sie hat einen großen garten und da gibt es immer viel zu tun benno besucht sie oft und bald ist sie auch nicht mehr allein mittwoch es ist sechs uhr morgens der wecker klingelt und benno wacht auf er dreht sich um und möchte weiter schlafen aber der wecker klingelt weiter benno muss aufstehen er macht den wecker aus und reibt sich die augen dann geht er ins bad benno wohnt in einer kleinen wohnung über dem lokal leo und co der besitzer heißt leo leo ist eigentlich maler aber er ist auch ein leidenschaftlicher koch und vor ein paar jahren hat er sein hobby zum beruf gemacht seine kneipe leo und und co ist ein gemütliches lokal da kann man gut und preiswert essen manchmal hilft benno im lokal deshalb bezahlt er wenig miete aber zurzeit hat benno einen job auf der messe hanseboot zuerst hat er acht tage beim aufbau gearbeitet dann war er eine woche auf der messe und jetzt hilft er drei tage lang beim abbau fast drei wochen hat benno jeden tag 15 bis 16 stunden gearbeitet von morgens um sieben bis nachts um zehn oder elfter aber so kann er in kurzer zeit viel geld verdienen die meisten kollegen sind studenten und brauchen das geld für studium oder eine ferienreise morgen benno moin antwortet benno und lacht rudy kommt aus süddeutschland und findet es sehr lustig dass die leute im norden zu jeder tageszeit moin moin sagen gehen wir zusammen mittag essen gern um zwölf geht klar bis dann den ganzen vormittag packt benno kisten bis morgen muss er den messestand für eine internationale firma abbauen auf der hanseboot stellen firmen aus der ganzen welt ihre produkte aus boote jachten zubehör einfach alles für das reisen auf dem wasser um zwölf uhr geht benno in die kantine an einem tisch sitzen rudy felix und ollie benno holt sich ein tablett und sein mittagessen er geht zum tisch und wie lange bist du dann unterwegs mindestens vier wochen oder länger bis das geld alle ist ha ha ollie erzählt von seiner reise nach island was machst du eigentlich mit deinem geld benno ich keine ahnung ich bringe das geld auf die bank und dann überlege ich mir was keine reise nein vielleicht kaufe ich mir ein auto und du rudy ich brauche das geld für mein studium studieren ist teuer deshalb jobbe ich in den semesterferien mehr zeit zum geld verdienen habe ich nicht ich mache auch eine reise sagt felix ach und wohin fährst du nach australien wieso nach australien ich war noch nie in australien na dann bring mir doch ein känguru mit lacht ollie so so leute wir müssen los es ist gleich ein die kollegen stellen ihre leeren teller auf ein tablett und gehen kurz vor 22 uhr treffen sich die vier kollegen am messeausgang kommt noch jemand mit auf ein bier fragt rudy nee ich bin total kaputt morgen vielleicht leute morgen ist unser letzter tag wir haben jetzt drei wochen zusammengearbeitet das müssen wir doch feiern die drei wochen oder dass es jetzt endlich vorbei ist lacht felix ich gehe auch nach hause sagt benno ich bin hundemüde aber wir sehen uns ja morgen in der mittagspause bis morgen gute nacht jungs also felix was ist kommst du noch mit na gut ein schlaftrunk ist vielleicht gar nicht schlecht benno warte mal bitte ruft ollie benno bleibt stehen sag mal benno du bleibst also hier und fährst nicht weg nein warum na ja ich hab da ein problem wie soll ich sagen also ich fahre ja jetzt ein paar wochen weg und ich brauche jemanden zum blumengießen quatsch ich habe einen kleinen hund ich möchte ihn nicht ins tierheim bringen kannst du im oder kennst du jemanden du suchst jemanden für deinen hund zum aufpassen ja ich hatte noch nie ein haustier und von hunden verstehe ich nichts aber ich kann ja mal meine freundin fragen die wohnt auf dem land und hat einen garten der hund ist noch ganz klein und wirklich süß ein welpe wie du kaufst dir einen kleinen hund und willst dann wochenlang wegfahren und ihn allein lassen naja also geht mich ja nichts an also ich frage mal meine freundin und sage dir morgen bescheid okay super danke benno um halb elf ist benno zu hause er ist müde und will nur noch ins bett aber vorher ruft er noch seine freundin anja an er ruft sie jeden abend an und heute gibt es sogar zwei gründe am nächsten morgen ist benno schon vor sieben uhr auf dem messegelände heute ist sein letzter arbeitstag hallo hallo rudy ist olle schon da morgen benno antwortet rudy verschlafen keine ahnung ich habe ihn noch nicht gesehen kein problem ich treffe ihn ja in der mittagspause die letzten kisten sind gepackt um zwölf uhr geht benno in die kantine er holt sein mittagsessen und geht zu den anderen mahlzeit ist olli immer noch nicht da nee der kommt heute auch nicht mehr warum ist was passiert der chef hat gesagt gestern war ollis letzter arbeitstag vielleicht sitzt er schon im flugzeug alle lachen warum guckst du denn so fragt rudy schuldet er das geld das kannst du vergessen wieder lachen die kollegen nein nein er sucht nur jemanden für seinen köter ach hat er dich auch gefragt ich glaube er hat jeden hier auf der messe gefragt ich sage da nur entweder ein haustier oder reisen beides geht nicht so jungs auf geht's zur letzten runde ich glaube die laster sind da vor der halle zwölf stehen zwei große lastwagen jetzt müssen sie nur noch die kisten einladen dann hat benno feierabend nach der arbeit ist benno in die stadt von seinem lohn hat er eine flasche wein für leo und eine schachtel pralinen für anna gekauft anna ist studentin und jobbt auch bei leo und co die letzten drei wochen hat sie leo allein geholfen deshalb hat benno für beide geschenke gekauft um 18 uhr kommt benno in die kneipe hallo anna hallo benno na ist die messe zu ende ja endlich war ziemlich anstrengend vor allem das frühe ausstehen benno lacht hier ein kleines dankeschön er gibt anna das geschenk für mich vielen dank und das ist für leo wo ist er eigentlich er ist in der küche und ich glaube er ist ziemlich sauer auf dich flüstert anna auf mich wieso er weiß doch dass ich auf der messe war nicht deshalb es ist der köter wie bitte benno ist sprachlos unsicher geht benno in den ersten stock was hat leo bloß die flasche wein hat er nicht einmal ausgepackt er öffnet die tür zu seiner wohnung im flur liegen socken ein t-shirt eine decke ich muss endlich mal aufräumen sieht ja ziemlich wild aus er bleibt stehen und reicht die schlechte luft und lüften muss ich auch mal er geht in sein zimmer oh nein in dem zimmer ist das chaos noch größer und der geruch kommt aus dem zimmer mitten im zimmer steht ein kleiner karton im karton sitzt ein kleiner hund am karton klebt ein brief benno geht zum karton der kleine hund jault und winselt benno streichelt vorsichtig den hund dann liest er den brief hallo benno futter ist in der tüte zweimal am tag füttern am morgen und am abend und immer viel frisches wasser zweimal am tag spazieren gehen hundeleine ist auch in der tüte vielen dank ich melde mich olli so ein idiot aber das ist ja nicht deine schuld mein kleiner komm wir gehen spazieren benno hebt den hund aus der kiste und legt ihm die leine um den hals er nimmt den kleinen hund auf seinem arm und verlässt die wohnung im erdgeschoss geht benno durch den hof leo will er mit dem neuen mitbewohner lieber nicht begegnen zum park ist es nicht weit eine stunde später kommt benno zurück beim spazieren gehen hat er lange überlegt er muss mit leo reden es ist ja alles nicht seine schuld er geht in die kneipe anna sieht den hund ja was bist du denn für ein süßer ruft sie laut sie eilt zu benno nimmt dem hund die leine ab und nimmt ihn auf den arm so ein süßes hündchen anna geht mit dem kleinen hund in die küche komm mein kleiner wir sehen mal nach hier gibt es bestimmt was leckeres für dich es sind nicht mehr viele gäste im lokal an einem tisch sitzen paco und felipe paco ist annas freund er studiert auch und die beiden haben nicht viel zeit füreinander paco holt anna oft nach der arbeit ab felipe ist pakos cousin felipe ist 17 jahre alt und geht noch zur schule aber ungern seit wann hast du denn einen hund fragt felipe seit heute antwortet benno wie heißt er denn fragt paco weiß nicht benno zuckt die schultern cooler name lacht felipe weiß nicht komm zum herrchen komm habt ihr leo gesehen der ist in der küche na dann noch einen schönen abend jungs ist dein job bei der messe vorbei fragt paco ja seit heute und von der cola hast du dir gleich einen hund gekauft grinst felipe man das ist nicht mein hund sagt benno ärgerlich er geht zur küche er hört noch wie felipe zu paco sagt klingt kompliziert meinst du er hat den hund geklaut in der küche ist niemand leo wir sind hier ruft anna anna und leo stehen im hof der hund frisst aus einem teller kleine fleischstücke beide sehen ihm dabei zu ähm leo hat dein neuer mitbewohner auch einen namen benno keine ahnung leo ich konnte dich nicht fragen ich und dann erzählt benno leo und anna die ganze geschichte von ollie und seiner reise nach island dass ollie einen platz für seinen hund gesucht hat dass er anja gefragt hat und dass er selbst von der situation völlig überrascht war wie lange bleibt er denn unser gast ein paar wochen also zuerst braucht der hund mal einen namen ist es ein männchen oder ein weibchen ein männchen leo überlegt aus dem lokal ruft paco anna bist du fertig wir wollen gehen anna blickt zu leo geh nur den rest mache ich alleine antwortet leo ich komme gleich ruft anna ins lokal benno wenn du hilfe für fips brauchst dann immer gern sehr gern und lauter so dass paco es im lokal hören kann mit einem hund kommt man wenigstens an die frische luft es ist schon nach 23 uhr benno baut in seiner wohnung ein bett für fips in eine zimmerecke legt er eine decke daneben stellt er eine kleine schüssel mit wasser fips ist nach dem abendessen von leo und anna satt und zufrieden er rollt sich sofort auf dem bett zusammen und schläft ein benno betrachtet fips noch eine weile dann holt er sein handy er sieht auf die uhr fast halb zwölf mist jetzt habe ich den anruf bei anja vergessen sie ist bestimmt schon im bett besser ich schreibe ihr eine mail dann freut sie sich morgen früh meine liebste anja heute war ein merkwürdiger tag am nachmittag war ich endlich mit der arbeit auf der messe fertig die drei wochen waren ziemlich anstrengend dann bin ich in die stadt gefahren und habe zwei geschenke für leo und anna gekauft leider war die freude bei leo nicht sehr groß er war sogar richtig sauer stell dir vor olli ich habe dir das gestern ja erzählt hat seinen kleinen hund einfach bei leo abgegeben zum glück ist das hündchen richtig süß und leo hat sich wieder beruhigt dann haben wir einen namen für ihn gesucht jetzt heißt er fips wie findest du den namen den ersten spaziergang haben wir auch schon zusammen gemacht anna meint mit einem hund kommt man an die frische luft dann habe ich fips ein kleines bett gebaut und jetzt schläft er bei mir im zimmer war das ein tag deshalb konnte ich dich auch nicht anrufen jetzt bist du bestimmt schon im bett und ich will dich nicht aufwecken wie war dein tag bist du schon bei deiner schwester morgen telefonieren wir ich bin das ganze wochenende in der kneipe die nummer hast du ja bis morgen ich freue mich dein benno benno liest die mail noch einmal dann schickt er sie ab in der zimmerecke schnarcht fips gerade will benno den computer ausschalten da hat er eine idee er hat ja keine ahnung von hunden aber bestimmt gibt es im internet informationen zuerst kommen nur anzeigen für hundefutter er sucht weiter na also das ist es doch für die welpenerziehung braucht man einige kommandos der welpe welpe sollte zu ihnen kommen wenn sie ihn rufen dann sollte er sitz oder platz lernen das heißt der hund setzt sich und wartet und er muss sich an der leine führen lassen diese kommandos sind wichtig zum beispiel im straßenverkehr auch das allein bleiben muss der welpe früh lernen allein zurückgelassen zu werden kann für einen jungen hund unerträglich sein fangen sie deshalb langsam an lassen sie das tier am anfang nur für kurze zeit allein nach und nach kann man die zeit in der der welpe allein ist verlängern stubenreinheit ist ebenso wichtig ein link geht zur welpen ausstattung neugierig klickt ihn benno an oje da muss ich ja noch einiges besorgen aber die liste mache ich morgen jetzt gehe ich schlafen er sieht noch einmal zärtlich zu fips dann geht er ins bett am nächsten morgen schläft benno sehr lange erst um halb zehn wacht er auf er bleibt noch ein bisschen liegen im bett ist es warm und gemütlich sein kopf liegt auf dem weichen kissen kissen benno macht vorsichtig die augen auf und dreht langsam seinen kopf das ist kein kissen das ist fips benno steht auf zieht sich an und holt die hundeleine fips beobachtet ihn neugierig dann ruft benno komm fips komm wir gehen in den park fips hat verstanden freudig springt er im zimmer herum und rennt zu benno im park bleibt fips an jedem baum stehen und schnüffelt viele hundebesitzer sind unterwegs und alte omas junge frauen rentner oder jogger die meisten bleiben stehen ach ist der niedlich wie heißt er denn du bist ja ein süßer fips ist eine kleine attraktion eine stunde später ist benno wieder zu hause zuerst bekommt fips sein futter dann schaltet er seinen computer an er will die liste ausdrucken und dann die sachen für fips kaufen er sucht die seite noch einmal speichert sie und druckt die liste aus er liest sie noch einmal durch ganz schön viel da kommt ihm eine idee warum warum soll ich diese sachen eigentlich alle kaufen ollie hat das doch bestimmt alles zu hause hm leider habe ich keine adresse von ollie aber vielleicht bekomme ich sie von der freundlichen dame im messebüro eine gute idee fips fips ich gehe mal schnell weg benno geht in sein zimmer der kleine hund liegt in seinem bett und schläft leise verlässt benno die wohnung auf der straße nimmt benno sofort sein handy und wählt die telefonnummer eine junge frau meldet sich sie hat einen ausländischen akzent ooi annabelle bonjour e guten tag hier ist benno ich rufe wegen ollie an ollie ist nicht da ferien ich weiß aber ich habe den hund von ollie und ich wollte fragen die junge frau unterbricht ihn und wiederholt ollie ist nicht da ferien ja ja ich weiß ich brauche sachen für den hund kann ich vorbeikommen ollie ist nicht da und kein hund ich wohne im zimmer von ollie kein hund zimmer leer ich brauche eine hundeleine und eine bürste bürste badezimmer soll ich gucken sie versteht mich nicht denkt benno und verabschiedet sich auf dem nachhauseweg kauft er die sachen für fips am wochenende arbeitet benno in der kneipe er steht früh auf macht mit fips den spaziergang im park und anschließend bekommt fips sein futter dann geht benno mit fips ins lokal den neuen hundekorb stellt er in eine ecke nah bei der theke fips schläft und benno arbeitet am wochenende kommen viele leute zum frühstücken benno hat viel zu tun gegen zwölf uhr kommt felipe hola benno felipe suchst du deinen cousin pacco nein du kommst doch sonst nie zum frühstücken deshalb dachte ich hombre ich komme zu dir zu mir naja nicht direkt ich wollte mit fips in den park du benno ist überrascht ah gerne ich hab sowieso viel zu tun ich hole nur schnell die leine um 14 uhr sind die meisten frühstücksgäste gegangen benno räumt die tische ab und bringt das geschirr in die küche er sieht auf die uhr schon zwei felipe ist noch nicht zurück hoffentlich ist nichts passiert was soll denn passieren du kennst ihn doch beruhigt ihn leo das ist es ja ach was mach dir keine sorgen wahrscheinlich hat er sich einfach verquatscht leo räumt das geschirr in die spülmaschine verquatscht ja hast du doch selbst erzählt dass dich die leute dauernd ansprechen beim spazieren gehen mit fips sieh mal das meine ich leo deutet in das lokal benno sieht ebenfalls ins lokal felipe kommt mit zwei jungen frauen eine hält fips an der leine benno stellt das geschirr ab und geht zu felipe und den frauen ist das ihr hund der ist ja so süß also ich gehe auch mal gern mit ihm spazieren benno nimmt die leine und grinst verlegen felipe stellt die beiden jungen frauen vor das ist inka und das ist wie heißt du regine genau also inka und regine ach benno bringst du uns bitte drei cola wir sitzen auf der terrasse und wie gesagt wenn du mal keine zeit für fips hast sag mir bescheid ich organisiere das für dich und leise fügt er hinzu hombre so ein hund ist der hammer jeder bleibt stehen und quatscht mit dir ich habe noch nie in meinem leben so viele chicas kennengelernt wie in den letzten beiden stunden am besten ist es natürlich am wochenende mein lieber ich muss jeden morgen mit fips in den park aber da sind die chicas in der schule ich meine ja nur alter die tage vergehen und die tägliche routine mit dem neuen mitbewohner gefällt benno immer mehr er geht am morgen und am abend mit fips in den park und die bewegung tut beiden gut seit gestern abend ist anja wieder zurück sie war zwei wochen bei ihrer schwester jetzt kann benno sie endlich besuchen er freut sich die fahrt dauert nicht sehr lange eine stunde mit der bahn und in stade holt ihn anja vom bahnhof ab fips macht an diesem wochenende auch einen kleinen ausflug er zieht für zwei tage zu anna am sonntagabend kommt benno zurück in der kneipe sind nur noch ein paar gäste er geht sofort zu fips körbchen in der ecke na mein kleiner benno ist wieder wieder das körbchen ist leer er sucht anna im lokal ist sie nicht er geht in die küche da ist auch niemand benno wird nervös anna anna wo bist du benno anna kommt vom hof wo warst du ich habe die leeren flaschen weggebracht und wo ist fips der ist oben bei leo im atelier benno dreht sich um und rennt die treppe hoch zum ersten stock anna sieht ihm nach und schüttelt den kopf manieren hat er immer noch keine der junge mann am nächsten morgen kommt benno schlecht gelaunt in die küche gibt es schon kaffee wie wäre es denn zuerst mal mit einer begrüßung zum beispiel guten morgen anna hast wohl schlecht geschlafen anna steht an der kaffeemaschine und gießt benno eine tasse ein guten morgen brummt benno danke schlechte laune fragt leo was machst du eigentlich hier anna macht heute die frühschicht du arbeitest doch erst heute abend ich habe die ganze nacht nicht geschlafen was ist los fragt anna aber benno antwortet nicht er trinkt nur seinen kaffee sehr gesprächig bist du heute ja nicht komm anna wir bereiten das frühstück vor ich gebe fips nicht mehr her leo und anna sehen sich erstaunt an dann erzählt benno von der postkarte von olli jetzt verstehe ich du meinst olli kommt zurück und will seinen hund wieder haben genau aber ich behalte ihn warte doch mal ab benno vielleicht ist olli ja ganz froh dass du den hund behalten willst meint anna den hund gebe ich nicht mehr her und wenn ich ausziehen muss benno knallt die tasse auf den tresen ruft komm fips und geht aus der kneipe was meint er damit leo naja ich habe mich nicht so gefreut damals über unseren neuen kleinen mitbewohner aber ich habe benno gesagt dass er den hund die paar wochen behalten kann und jetzt das weißt du doch selbst du bist doch auch verknallt in fips anna lächelt und geht geht in die küche in den nächsten beiden wochen läuft alles ganz normal bei leo und co über fips hat niemand mehr gesprochen er ist einfach da und gehört ganz selbstverständlich dazu vor den vorbereitungen zum abendessen in der kneipe macht benno noch seinen parkspaziergang mit fips gut gelaunt kommt benno zurück er stellt fips eine schüssel mit futter und frischem wasser hin dann geht er in die küche ich bin wieder da chef prima ich bin auch fertig ach benno da war vorhin ein anruf für dich anja die ruft doch nicht in der kneipe an sie hat doch meine handynummer nee irgend so ein typ felipe war am telefon felipe wo ist er denn auf der terrasse mit den beiden parkbekanntschaften benno geht schnell auf die terrasse hombre wie geht's was macht fips auch die beiden jungen frauen begrüßen benno hallo am wer hat denn da vorhin für mich angerufen felipe keine ahnung irgendein otto oder so otto kenn ich nicht hast du den namen nicht aufgeschrieben mann die verbindung war miserabe eins wie vom nordpol die beiden mädchen lachen nordpol hieß der typ vielleicht olli fragt benno überrascht olli genau und was wollte er hat er nicht gesagt er ruft nochmal an wenn er in der stadt ist hat er das genauso gesagt ja mann ich bin doch nicht blöd an diesem abend sind viele gäste im lokal das wetter ist schön und die meisten gäste sitzen auf der terrasse benno hat viel zu tun so verpasst er auch den zweiten anruf erst spät am abend beim aufräumen sieht er den zettel von leo olli hat angerufen ruft morgen am 12 uhr nochmal an anna bringt das frühstücksgeschirr in die küche leo bereitet das mittagessen vor es ist 11 uhr und 30 minuten anna kannst du gleich die tagesgerichte an die tafel schreiben ja chef sofort ich räume nur noch die tische ab lacht anna wo bleibt eigentlich benno keine ahnung vielleicht ist er mit fips im park ganz schön langer spaziergang die beiden sind heute morgen um 8 uhr weggegangen naja er kommt hoffentlich gleich ich muss heute spätestens um halb eins in die uni ja ja ich weiß bist du fertig ja du kannst diktieren also zuerst unser beliebtes chili con carne dann das telefon klingelt ich gehe ran ruft leo er sieht auf das display und wundert sich 003 54 ein auslandsgespräch zur selben zeit verlassen benno und fips den bahnhof stade vor dem bahnhof wartet anja in ihrem auto sie steigt aus und läuft zu benno beide umarmen sich hallo benno hallo anja schön dass du uns abholst dann bückt sich anja nimmt fips auf den arm und begrüßt auch ihn na mein kleiner du bist also fips fips leckt ihre hand er mag mich sagt anja er mag mich sagt anja kluger hund grinst benno benno sieht sich um wo kann fips hier ähm ich glaube fips muss mal anja lacht steigt ein wir fahren zum stadersand stadersand ist das weit nein direkt an der elbe da kann man schön spazieren gehen ein paar minuten später sind sie an der elbe fips rennt los und benno und anja spazieren hinterher so und jetzt erzähl mal dein anruf heute morgen war ja ziemlich wir benno erzählt von den beiden anrufen und von seiner angst dass ollie fips zurückhaben soll er einfach lügen und ollie sagen dass fips weggelaufen ist anja hört ihm zu wie lange bleibt ihr eigentlich keine ahnung leo schmeißt mich jetzt sowieso raus hast du ihm nicht bescheid gesagt benno schüttelt den kopf du bist wirklich ein spinner eine stunde später sind die drei auf anjas bauernhof du deckst den tisch im garten und ich mache uns eine kleinigkeit zu essen okay prima aber zuerst bekommt fips sein futter benno holt das hundefutter aus seiner reisetasche dann füllt er eine schale mit wasser anja kochtee legt brot käse und tomaten auf ein tablett und trägt es in den garten im flur sieht sie dass der anrufbeantworter blinkt sie drückt auf den knopf und hört die nachricht ab benno ein anruf für dich für mich wer denn leo leo das gibt's nicht woher soll er denn deine nummer haben benno hört den anruf von leo noch zweimal dann nimmt er anja jubelnd in den arm und wirbelt mit ihr durch den flur und jetzt habe ich hunger ein paar tage später muss benno zurück in die stadt er packt seine sachen in eine plastiktüte kommen die hundeleine die bürste und der fressnapf wann geht der zug in einer halben stunde keine panik lacht anja fips komm fips wir fahren nach hause ruft benno aber fips kommt nicht hast du fips gesehen wo steckt er nur zusammen suchen sie fips und finden ihn schließlich unter dem küchentisch komm fips beeil dich wir fahren nach hause der kleine hund sieht benno an und bewegt sich nicht ich glaube fips möchte lieber hier bleiben lacht anja meinst du na komm fips ruft anja sofort läuft fips zu ihr und springt auf ihren schoß w1e lange bleibst du denn in der stadt nur ein paar tage am wochenende bin ich zurück dann nimm einfach mein auto warten auf dich benno seufzt na gut er gibt seiner freundin einen kuss dann streichelt er fips tschüss mein kleiner bis bald und pass schön auf dein neues frauschen auf nicht ihr